Er reduction ist der Fall! Ich würde mich zu hören! Aber wir müssen nach Helvidea... LATRIXUS LATRIXUS So, wo wir gerade eben waren, da werden wir weiter machen ... Allerdings, muss ich jetzt mal gucken, wir müssen nach Helvidea ... Und da muss ich erstmal die Riechspur aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wo Helvedia sein soll. Aber, Katakomben, Helvedia, da oben. Da oben ist es. Ein bisschen hier lang. Na denn? Also, wir müssen aufpassen, denn hier gibt es nämlich hässlichen Griebskrams. Äh, tödlich. Sehr stark. Oh ja, das werden wir ja dann sehen. Wir greifen mal testweise an. Kobold minus 18. So, die normalen Kobolde. Das hier sind dann unsere Fernkämpfer. Äh, beziehungsweise nicht unsere, sondern die von Gegner. Jetzt ist die Frage, wir müssten eigentlich ganz dringend... Obwohl, wie viel Leben haben die? 73, 91, 29. Retour, Flammwerf, Überfall, keine Vergeltung, Wut. So, den da, den da müssen wir wegkriegen. So, jetzt kommen erstmal die Spinnchen. Und dann kommt hier das Feuerböllchen. Ramba and Zamba. Und jetzt ist die Frage, das sind ja keine... Äh, äh, ähm... Ich müsste die eigentlich tauschen. Ich überlege gerade... Rächer? Oder erstmal... Ja, Rächer, oder? Rächer auf... Die... Dämonologen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die... Es sei denn, ich tausche die und die miteinander. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube sogar, das mache ich. Oh, Mist, was, wie, wo, das geht gar nicht. Vertausch die Position zweier Truppen. Den da. Achso, ich habe schon geklickt. Habe ich schon mal geklickt, oder was? Hä? Ah, das war jetzt erstmal Rächer. Jetzt dachte ich gerade, hä? Okay, aber passt. So, dann kommen hier die Dämonologischen... Die Dämonischen Bestien. Und, äh, Zauberbuch? Fragezeichen? Nein? Okay, auf die Dämonologen wird schon mal drauf geballert. Äh, der Dämonologen getötet drei Stück. So, die da... Wir werden erstmal die da abschlachten. Oh, hat irgendjemand Panik? Nein, bis jetzt noch nicht. Hm, ich bin ehrlich gesagt nicht hundertprozentig glücklich. So, die werden wütend und sind erneut am Zug. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das verlassen kann. So, dann kommen erstmal Dämonen. Moment, 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 Moment. Ich dachte, der macht weiter. Ich bin verwirrt. Aber okay. So, äh... Die, da weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich dürfte aber auf jeden Fall schon mal zaubern. Und das gleich zweimal. Dann machen wir hier einmal der Recher mit dem Becher. So, jetzt haben die und die haben jetzt jeweils Recher drauf. Dann haben wir hier einen Feuerball und treffend sollte er eigentlich Dämonen. Nein, 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 das kann ich nicht machen. Ja, gut, dann muss ich hier her badern. Nö, muss ich nicht. Ich kann auch hier angreifen. Siehst du? So geht das. So, dann... Hier hin, aber dann kann ich nirgends mehr angreifen, ne? Äh, das ist Blatt. Jetzt, äh... Wen radieren wir denn? Die Dämonen, äh... Die Dämonologen werden noch einiges abkriegen, denke ich. Das ist eine neue Kombi, gegen die ich nicht... Äh, mit der ich nicht gewohnt bin zu spielen, ehrlich gesagt. Muss man... Ja, der war nicht gut. Muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ne, he, 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 he. Oh, abschlachten. Aber da gibt es keine Panik bei den Dämonen. Ähm... Nein, so funktioniert es nicht, liebe Zalberi. Äh, da... Da, verzeugt... Äh, ich hätte gesagt, wir nehmen den mal. Oder? Das Pentagramm? So, es geht weiter. Oder? müsste eigentlich zack 44 naja geht bei mir drauf ja die normalen Dämonen sind mir ehrlich gesagt egal ich habe gesagt man kann sie gut und gerne als Dings hernehmen als Dings oh wer schreibt mir da mein Chefredakteur mein Chefredakteur Moment ganz kurz ich muss mal eben hier zurückschreiben obwohl ich noch im Umzugsurlaub bin aber er weiß dass ich zumindest mal mittlerweile schon wieder auch online kommen kann etc. pp. und so Geschichten die keinen Menschen interessieren ja dann stirbt da noch einer siehst du dafür sind wir jetzt komplett weg ah er hat kein Ding mehr ah ok wut er hat leider gottes keinen ja 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 da müssen wir den da hinten berüsten brüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüücho Soo Die Dämonen nach vorne Ich weiß echt nicht, ich habe glaube ich 46 von der Monologen gehabt. Ich würde sagen, wir nehmen mal den da und transferieren sie auf ihn selbst. Okay, perfekt. Ja, das läuft so. Es gibt zwar immer noch Verluste, wo ich nicht weiß, ob ich die so haben will, aber was würdest du machen? Oh, da wird auf den da geballert. Ich muss mir da Kombi noch klären umzugehen. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist erstmal... Kann ich ja noch mehrmals zaubern? Ja, kann ich. So, einmal Steinhaut wäre das dann bitte schön. Und dann gleich noch... Warte, warte, warte. Ruf der Natur natürlich. Das kann ich so auf gar keinen Fall auf mir sitzen lassen. Beschwören kann ich jetzt gerade erstmal nichts Brauchbares. Es dauert noch eine Runde. Naja, spinn du dich ruhig fest. Das ist mir wurscht. So, 25. Tschüss. Hat sich's mit Spinn... Hat sich ausgesponnen. Pah! So, tauschen wir die zwei jetzt, oder was? Oder weh? Oder wo? Ich weiß gar nicht. Welche zwei tauschen wir? Ich hätte echt gesagt, den da und den da. Dann können die Zäbri nämlich die Dämonen von hinten angreifen. So, wumsti wums. Jawoll! Damit wären schon mal die Wichser weg. So, ihr kommt da hin. Ne, warte, 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 warte. Warte, 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 stopp. Ach, da ist ja schon ein Pentakram. Nur gut. Was kriegen wir? Ah, das sieht nach Dings aus. Nach, äh, hier, ähm, Dings, Mucks. Ja, ihr wisst schon. Äh, wie heißen die? Feuergeister. Feuerelementare, genau. Richtig. So, natürlich treffe ich den da jetzt nicht. War klar. Also kann ich nur stehen bleiben. Wobei... Ich... noch... Wut habe. Und die gibt erstmal ein Orksschild, damit wir nicht noch mehr Dämonologen flöten gehen. Ja, das ist komisch. Das ist merkwürdig. So, machen wir mal den weg. Das war's. So, ansonsten gibt es hier vorne, glaube ich, eh nichts mehr groß. Wir können hier noch etwas beschwören. Beispielsweise hier hinten. Ich will es ja nicht in die Falle rein beschwören. Kriegen wir noch mal Scharfrichter, aber die Spinnen sind ja dann ehrlich gesagt... ...Wayne. Wie viel haben wir eigentlich? Okay, gut. Ich sehe gerade auf die Uhr. Passt. Von der Aufnahmezeit her noch. So, euch machen wir weg. Tschüss. Euch will ich nicht mehr sehen. Ähm... Ja, ich könnte da hin. So, dann könnte ich beim nächsten Mal meine Dägen... ...könne ich mir dann vollends den Arsch aufreißen. So, warte mal ganz kurz bitte. Ich muss mal eben noch mal... Ich hätte nicht online gehen sollen. So, Moment. Ich bitte um Geduld. Ich bitte um Geduld. Bin gleich soweit. Bin gleich wieder bei euch. Warte mal ganz kurz. Ich kann mal nebenbei... ...den nächsten Angriff einleiten. So, zack. Dann hätten wir das schon. Ähm... Bin wieder da. So, die da... Ja. Aber, wir können auch noch mal wieder zuvor ein Paterkamm legen. Ha! Haps! So, gleich weg. Gleich war es das. Endgültig. Naja. Kann man sich nicht überstreiten, ob man darüber jubelt oder nicht. Wir sind auf jeden Fall erstmal eins weiter. Und ich lasse es so. Ich werde daran jetzt erstmal nichts ändern. So, Verteidigung. Plus eins. Ja. So, da vorne kommt Maestri Gegner. An der Stelle mache ich jetzt allerdings erstmal ein Geist. Und Cut. Ich bedanke mich herzlichst, dass ihr auch in dieser Aufnahme-Session mit dabei wart. Dass ich sie für euch machen konnte. Jetzt schon. Zu dieser frühen Zeit. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Oder in einer anderen Let's Play. Wird ihr genug geben. Kann ich euch versprechen. Bis dann. Habe die Ehre. Tschüss.